So, Appetit. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ich will jetzt mal wissen, wie viele in einem Rudel bleiben können oder sein können. Sein dürfen. Weiß ich nicht. Steht jetzt da nichts? Vielleicht habe ich es auch gerade überlesen. Aber ich weiß gerade nicht, wie viele in einem Rudel sein können. Ich hoffe auch, dass, ähm... Ah, ich kann sogar auf den zweiten Monitor gehen. Ah, das ist sogar geil. Okay, ich hoffe, dass, ähm, die Aufnahme jetzt überhaupt flüssig funktioniert. Ich habe es nicht getestet. Ich hoffe einfach mal, dass alles wunderbar glatt läuft. Falls nicht, benutze ich dann in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession, dann ein anderes Aufnahmeprogramm, dass es dann eventuell sogar besser funktioniert. So. Ich weiß nicht, haben wir die jetzt ausgedingst hier? Fossilen Ansehen? Noch nicht, dauert noch ein bisschen. Dauert aber lang, gell? Wenn man mal die Sachen so ein bisschen verfolgt und drüber nachdenkt, dauert es schon ein bisschen. Oh, das dauert es ewig. So. Können wir schon? Oh, 74. Haben wir eigentlich neue Modifizierungen? Ich glaube... Ach hier. Radioaktiv verseucht. Der Arme. Gute Verdauung. Ja, machen wir einfach mal hier gehen, anwenden. Bewertung plus zwei. Alles klar. Okay, 40.000, so ein Vogelbruder hier. Egal. Brüht mal nochmal zwei aus. Der Park soll leben, blühen und gedeihen. Ist natürlich dann die Frage, wenn wir den ersten Fleischfresser herstellen sollen, ausbrühen sollen. Erster Fleischfresser ist natürlich die Frage. Er nicht hier drin, der wird alles andere auffressen. Schlimmer ist, in den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen oder sie als Kuriositäten auszustellen. Der wird ja hier drin alles andere fressen, deswegen eher... Einer ihrer Dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden. Nein! Niemand hat behauptet, dass das einfach werden würde. Was? Kostet mich doch Geld! Kostet mich so viel Geld! Okay. Das Ausbrüten des Dinosauriers mit einem Genom, das nicht zu 100% vollständig ist, kann fehlschlagen. Die Lebensfähigkeit bestimmt die Erfolgschancen des Brutvorgangs. Upgrades für die Erfolgsrate des Hammond-Entwicklungslabors erhöhen die Lebensfähigkeit. Gehe... Was? Genmodifikationen verringern die Lebensfähigkeit. Okay. Haben wir jetzt gesehen. Und natürlich, es kostet mehr Geld. Viel mehr Geld. Okay. Den hier leider aussondern. Schade um den Arm. Kumpel hier. Den will ich jetzt noch nicht. Den will ich. Genau. Wenn wir jetzt so einen Fleischfresser ausbrüten wollen, würde ich ja vorschlagen, ein neues Gehege zu machen. Vielleicht teilen wir das sogar in zwei auf. Aber ich weiß nicht, wenn wir... Okay. Hm. Okay. Alles klar, du Kleiner. Alle rennen immer instinktiv zum Wasser. Haben wir schlecht Durst. Trinken erstmal alle. Wäre da etwas. Ging die eigentlich da drin? Nichts zum Trinken. Müssen verdursten, die armen Vögelchen hier. Ach, da kommt der andere. Ja. Wir müssen mal welche machen ohne diese Wüstenstreifen da. Weißt du was? Wir machen einfach mal einen. Ohne den Wüstenstreifen. Ohne den Wüstenstreifen. Ich will mal sehen, wie der... Ohne aussieht. Ich hoffe, da wird jetzt was. Das ist Lambert, unser Sicherheitschef. Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie, jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen. Mich eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Okay. Ach, Sturmschutz. Kann man eigentlich Sturmschutz auch machen? Wegverbindung. Ja, ist ja natürlich klar. Strom. Alles klar. Alles klar. Verstehe ich. Verstehe ich. So. Okay, den können wir schon freilassen. Ist das jetzt der Normale oder der... Nee. Okay, ist nicht der Normale. Das dürfte der Normale sein. Kommen wir jetzt auch normalen Schieder dahin? Nee, schade. Oh. Okay, das ist der Normale. Das sieht man auch. Der hat jetzt zum Beispiel kein gelbes Fell, weil er jetzt nicht dieses Wüsten-Dingsbums genommen hat. Und jetzt fängt es eigentlich schon an, wie in Jurassic World 1, die ganzen Dinosaurier genomisch zu verändern, dass sie andere Fähigkeiten haben und sonst was haben. Deswegen gab es auch den Interminusrex. Und der hatte ja allerlei an verschiedenen Sachen. Der hat ja, glaube ich, Tintenfisch-Gene drin, für die Unsichtbarkeit oder halt die Umgebungsfarben anzunehmen. Wat weiß ich. Whatever. Oh. Und das ist schön. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich will am besten noch mehr machen. Ich will jetzt eher weniger an Fleischfresse machen. Ich will jetzt eher... Ich glaube, ich über... Tu mich gerade so ein bisschen. Dann hast du immer Pleite. Aber das ganze Ding... Hier sind dann wahrscheinlich 30.000 Dinosaurier drin, aber wir sind Pleite. Hauptsache Dinosaurier. Dann brechen alle aus und der Park ist tot. Hauptsache Dinosaurier. Ich weiß gar nicht... Gäste. Kann man hier noch was machen? Gäste. Schutzraum. Alles klar. Hotel. Souvenirladen. Fastfood. Weißt du, was? Machen wir erstmal hier so einen Fastfood-Laden hin. Ist doch erstmal vielleicht sogar eine Idee wert. Ach, kann man sogar so. Dann machen wir das einfach mal... Zack. So hin. Passt sich sogar an. Das ist eine Straße an. Alles klar. Okay. Alles klar. Freilassen. Und hier auch wieder freilassen. Und einmal zu den Fossilien. Bitteschön. Oh, das geht auch schnell. Zack und... Okay, wir kaufen 40.000. Man kriegt eigentlich schon relativ viel dafür. Ich weiß gar nicht, ob man mehr als 40.000 oder 100.000 kriegt. Zu den Finanzen. Wir machen plus 12.000, minus 10.000. Okay, alles klar. Okay. Ach, stimmt. Hier auch Finanzen. Okay. Zack. Expeditionskarte. Gibt es hier noch irgendwas gelbes zu sehen? Nein, ich glaube nicht. Aber dafür hier. Da gibt es viel gelbes. Ähm, sieht man da auch? Okay. Warte, machen wir erstmal hier. Die ganzen Pflanzenfresser. USA. USA. Trump. Trump. We're coming. Ah, die laufen sogar ein Krüppchen rum. Oh, die laufen. Ach, stimmt ja. Egal. Mach mal noch einen. Mach mal einfach noch einen. Wir machen viel zu viel. Sie haben alles für den Auftrag gegeben. Gut zu wissen, dass Sie auf unserer Seite sind. Na klar. Okay, was ist das? Ranger Station? Ja, egal. Bauen wir einfach mal alles. Brauchen wir, bauen wir. Eine Ranger Station. Ich weiß gerade gar nicht, was sie macht. Können wir gleich mal nachschauen. Bauen wir einfach mal hier hin. Betriebsgebäude. Was ist das? ACU. ACU Zentrum. Ich weiß gar nicht, was macht das ACU Zentrum? Bertie Ipsting. Bietet schnelle Luftunterstützung für Zwischenfälle im Park. Ja, kann man eigentlich auch machen. Ich weiß gar nicht. 400.000. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht pleite. Bevor wir hier ganzen Parks nicht... Äh, ganzen Sachen nicht... Ach, verbaut wegen dem Teich, oder? Oh, ist noch ein bisschen ungewohnt hier mit der ganzen Tastensteuerung. Können wir doch eigentlich hier hin bauen. Ich weiß gar nicht... Hat es denn noch Strom? Ah, okay, kein Strom. Okay, das hat keinen Strom. Hier. Ach, man kann sogar upgraden. Ah, wir haben nichts. Okay, dann bauen wir... Dann bauen wir einfach mal kurz ein neues Craftwerk. Ein neues Craftwerk. Lalalala. Können wir doch einfach da hin bauen, oder? Alles verbaut. Warum ist ja alles verbaut? Wo sollen wir das hin bauen? Wo ist am besten mehr? Vielleicht hier, oder? Können wir das hier hin bauen? Ah, das... Mit der Tastensteuerung muss ich noch ein bisschen hier zurechtkommen. Okay, alles verbaut. Geht leider nicht. Alles verbaut. Da können wir es hin machen. Oh, 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 oh. Ja, machen wir es einfach mal da hin. Einmal hier... Und dann... Ach so. Zack. Und zack. Alles klar. Einmal bitteschön der Weg. Moment, können wir das eigentlich auch kurvig bauen? Ah, okay. Okay, okay. Alles klar. Bin ich mal gespannt, wie der Park sich so weiterhin entwickeln wird. Moment. Genau, den... Oder? Was ist das denn hier? Ach so, das ist dieses ACU-Gedingse hier. Betriebsgebäude. Ich weiß jetzt gar nichts. Expeditionszentrum, Fossilenzentrum, Forschungszentrum. Moment, wir haben doch schon ein Forschungszentrum, oder? Na klar, hier. Dann gehen wir einfach mal kurz mal hier in die Gebäude-Upgrades. Vielleicht sogar unter Strom, oder? Okay. Drei Minuten etwa. Okay, okay. Wo sind jetzt die Dinosaurier? Die sind alle eher hier am Futterplatz, gell? Okay, die sind alle eher hier am Futterplatz. Ähm, gibt es hier vielleicht sogar irgendeine Attraktion, dass sie... Ah, gibt es sogar hier. Können wir sogar da hin bauen? Dann würde ich doch einfach mal sagen, wir bauen das einfach mal hier hin, oder? Dann können die Leute zuschauen. Ist es mit dem Weg verbunden, oder nicht? Nee, nur nicht. Schade. War ganz knapp. Hätte funktionieren können. So, zuck. Strom braucht es, glaube ich, auch. Ist, glaube ich, noch nicht mit dem Strom verbunden. Da braucht man, glaube ich, das hier, oder? Ja. Wieder hier so ein bisschen drehen. Egal, wo muss es sein. Okay, ich glaube, dieser Expeditions-Dings ist zurückgekehrt. Oh, es ist einfach so geil. Ich muss wirklich sagen, das Spiel ist voll geil. Ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt im Spiel. Okay, zu den Fossilen. Wieder neu da. Aha. Oh, Triciratops. Können wir dann auch irgendwann mal machen. Datschen verkaufen. 40.000. 100.000. Damit machen wir extrem viel Gewinn. Dann. Los geht's. Zunächst ein Dings. Was kriegt man hier? Triciratops. Ähm. Ah, weiß ich. Warte hier. So, einmal nochmal Triciratops. Will ich eher so ein Triciratops da reintun. Fleischpreiser werde ich auch noch bauen. Aber jetzt aktuell noch nicht. Ah, da wird er sogar auch. Mhm. Der Dino hat eigene Nahrungsbedürfnisse. Wie wir Menschen auch. Bauen sie die richtigen Futterstationen in den Gehegen. Hä? Ich bin ja eher der Rindfleisch-Typ. Okay. Futterstationen geben alle paar Minuten Nahrung frei. Wobei Restbestände verworfen werden. Futterstationen müssen von Zeit zu Zeit von Ranger-Teams aufgefüllt werden. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man die selber fahren kann. Müssen wir mal schauen. Ähm. Geil wär's natürlich. Große Dinosaurier brauchen mehr Nahrung als kleine. Wenn sie zu viele Dinosaurier eine Futterstelle teilen müssen, könnten einige davon verhungern. Dinosaurier mit 0% Nahrung oder Wasser verlieren. Was? Dinosaurier mit 0% Nahrung oder Wasser verlieren wegen Hunger und Dehydration an Gesundheit. Ah, okay. Dies kann schnell zum Tod führen. Habe gerade gedacht, da wäre irgendwie so ein Schreibfehler drin. Komulierungsfehler. Ein Edmontosaurus. Hallo? Achso. Hängt hier noch am Futterdings fest. Ist. Ist doch eigentlich schon geil, oder? Ich weiß zwar jetzt nicht, welche Engine das ist, aber stellt euch mal vor. Vielleicht ist es ja sogar die Unity Engine. Aber stellt euch mal vor. Man hätte hier die Unity Engine verwendet. Ähm. Und es wäre eigentlich so eine Grafik, wie es hier die Skylands so in der Art hat. Oder nochmal ein bisschen detailfreudiger. Aber das wäre dann auch für den PC, für die Grafikkarten ein bisschen da zu aufwendig. Bräuchte man extrem fette Grafikkarten. Das habe ich nicht. Uh. Trittscherer-Tops. Trittscherer-Tops. Sollen wir die zwei machen? Ach, wir haben sogar noch einen. Habe ich vollkommen vergessen. Brotkasten. Sollen wir zwei davon machen? Oh, wir haben fast kein Geld mehr. Habe ich zu viel Geld rausgeschmissen. Gut. Die Forschung wurde abgeschlossen. Okay, haben wir dann auch. Mhm, mhm, mhm. Aber es ist schon geil. Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Kibot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay. Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Okay. Wenden Sie ein Inventarplatz-Upgrade auf ein Fossilienzentrum an? Okay, alles klar. Wie machen wir das? Mal schauen. Ich glaube, das hier ist ja das Fossilienzentrum. Können wir da irgendwie Upgrade? Inventarplatz. Müssen wir doch, glaube ich, erstmal hier erforschen, gell? Jetzt bin ich mal gespannt. Gebäude. Nein. Sind noch alle hier geschlossen. Gebäude-Upgrades, ähm, Fossilienzentrum. Inventarplatz. Oh, nur noch 83.000. Wir gehen pleite. Wir gehen pleite. Wir gehen sowas von pleite. Kann man eigentlich die Gebäude verschieben? Ich glaube nicht, gell? Der Hubschrauber kommt wieder. Ich hoffe, der hat wieder ein paar Fossilien dabei, die er verkaufen kann. Okay, extra hier. Verkaufen. Oh, Gott sei Dank. Jot sei Dank. Ja gut, nochmal Expedition. Gehen wir mal. Ja, da hin. Zack. Gut. Kontroll, Dingsbums. Ich muss mal nach den Finanzen schauen. Wo stehen die Finanzen? Ich spiele Finanzen. Hallo. Forschung. Ah, Dinosaurier. Grabungsstätten. Hm, okay. Moment. Wo, wo, wo gibt's hier? Ah, hier sind die Finanzen. Okay. Watt. 34.000 Gewinn pro Minute. Hm. Der Park macht Gewinn. Das möchte ich doch gerne hören. Ruf geht auch nach oben. Alles klar. Schaut mal hier hin. Die Texturen, wenn man näher rangeht. Ja, weiter weg geht. Wenn man rangeht. Warte weg geht. Okay, ist auch so ein bisschen, ähm. Ach, wie geil. Boah, der ist gerade noch richtig geil. Aber ja, die kommen ein bisschen weiter hoch. Ich will jetzt nicht immer von unten schauen. Ist doch eigentlich voll geil. Ich muss sagen, ist voll gut. Ist voll gut. Oh, sieht schön aus. Sieht schön aus. Sieht sowas von schön aus. Ich freu mich. Ich freu mir. Okay, okay. Haben wir den jetzt wieder weggeschickt? Ich glaub schon, gell? Okay, der kommt gleich wieder. Mal schauen, was er dann mit... mitbringt. Alles klar. Was können wir noch hinbauen? Gäste natürlich. Ein Souvenirladen. Fastfood-Restaurant haben wir ja schon gebaut. Souvenirladen. Ich weiß gar nicht, wie viele kostet. Egal. Oder sollen wir den hier hinbauen? Oder vielleicht da hin sogar? Doch, bauen wir den einfach hier hin. Wir brauchen Geld. Und wir brauchen ganz viel Geld und Jolt und was weiß ich. Vielleicht können wir auch Gold und Diamanten ausgaben bei den Ausgabenstätten. Wer weiß? Wer weiß? Verkaufen 100.000. Oh, okay. Alles klar. Ja, DNA extrahieren. 20.000. Bisschen teuer. 5.000. Alles klar. Geht noch einigermaßen. In Ordnung. Ich weiß gar nicht. Kriegt man eigentlich mit den ganzen Souvenirläden auch Geld in die Kassen gespült? Ich hoffe mal. Ich weiß gar nicht, ob man da auch reingehen kann. Als, äh, dass man hier schauen kann, wie die Dinosaurier gebrötet werden. Aber da kann man natürlich reingehen. Ach, wie geil. Wird sogar angekündigt. Wird sogar angekündigt. Okay. Das ist immer geil.